Oh, warte, ist das nicht der Weg zu, äh, zu dem, zu dem Lager von den Dingensleuten? Okay, ich erinnere mich so ein bisschen, glaube ich. Es kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. Das macht Sinn, das macht Sinn, dass, dass, dass es das Lager sein soll, auf jeden Fall. Okay. Ich weiß noch nicht, wie der Weg dahin ist. Shame on me. Aber das war dann auf jeden Fall nicht der Weg. Bin ich hier falsch? Äh, warte mal kurz. Jetzt, Karte, hier. Das heißt, wir müssen ja hier laufen, hier lang, hier lang, dann war ja hier. Irgendwo, oder? Das war doch hier. Was soll man hier sein, eigentlich? Oder? Genau, dass du dann, hier war doch, äh, der, der Kampfpunkt. Das bedeutet, wir müssen eigentlich echt einfach nur in diese Richtung hier. Und tatsächlich dem einen Fragezeichen da oben entgegenlaufen. Ich werde auch nicht mehr so lange machen. Daher gute Nacht, Galaktik. Das ist Kairi von Kolony Gamma. Das ist Kairi von Kolony Gamma. Ja. Das ist Kairi von Kolony Gamma. Das war's für heute. Weck! You okay? You not hurt? Me? Kairi? Mio! You're at One Piece! Thank you so much for saving me! I'm so glad you're alive! Yes, yes. No need to get so excited. Ah, I'm so sorry. I'll calm down. Deep breath. What are you doing here, Kairi? Colony Gamma is... Oh, well, actually... You got separated from your unit again. I'm so sorry. I just have no sense of direction at all. Never change, Kairi. She's... interesting, isn't she? Interesting. A pain in the neck. Same difference, I suppose. So... Mio? Those other people... Don't worry about them. They're my friends. And they helped save you. Ah, so they did. Thanks again, Mio. Why, thanks, Mio. Well, the rest of us are Moostake. Believe it. That's just Kairi. Mio, let's hurry back to the colony. I bet the commander will be pleased to see you, too. Yeah, about that. Can I have a quick word? Of course. What about? This isn't our question, but... Well, how do we look to you? Ah. How do you look? Well, let me see. Aha! Hm? Yep, no good at all. You can't just change your clothes as you please. That's against regulations. Hm. Well, they suit you so perfectly. I mean, your off-seer outfit suited you to a tee as well, but I mean... Thanks, Kairi. That's all I needed. Happy to help? I just need to discuss something with everyone. Mind waiting? No problem. She seems in her right mind anyway. No glowing iris. Just classic Kairi. But does this mean we don't look like hostiles to everyone? Let's not worry about that for now. What should we do with her? That's the question. I want to take her back to the colony if we can. But can we? We can't send her out on our own. It's dangerous, and she'd definitely get lost again. Fine with me, but would she be okay hanging out with us Kevesi? It's possible that the commander of Colony Gamma would hear us out. At least, he isn't the type to turn around and capture people without warning. Can we trust him? Better than the consul. Trust me on that. If both of you are willing to go that far, then he seems worth meeting. Thank you. If anything happens, I'll do everything I can to keep you all safe. I promise. Thanks for waiting. Let's go, Kairi. Ready, Mio? Always nice to see a new face. Immerhin 26 EP. There you go. New colony data. Wer den Cent nicht wert... Nee, ehrt. Ist den Euro nicht wert? Nee. Irgendwie so ging der Spruch. Wir sollen uns auch über kleine EXP-Beträge freuen. Klein Vieh macht auch Mist. Erst gesagt, we're only rahat und super. Ich kann Bura nehmen. Er ist nicht so schlimm. Kairi nur tragelegt. Was ist das Toto für eine Rally-Beträge? Also wird eine Rally-Beträge hören. Wir müssen mit Bura nehmen. Smells gut. Erst sagen, wir wollen nicht. Sieht voll hübsch aus, mit diesen ganzen Baumstämmen überall. WTF? Wer dem Pfennig nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Also eigentlich müsste das dann heißen, ist die Mark nicht wert, weil Pfennig gibt es ja nicht mehr. Anders wäre es ja, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Also, halt. Logisch betrachtet, einfach mal so. Ich mag es, dass es hier Sandwasserfälle gibt. Sandfälle? Ich meine, just saying so, vielleicht habe ich auch Unrecht, aber spontan müsste es halt, also... Mano. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erst mit einem fetten Hammer eine rüberziehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, this one means business Damn Sterben hier alle ganz schön schnell Aber cool Gebt mir die EXP, die ich gleich am Bonus-Camp ausgeben kann, Queen Wait here, I'll go ahead and tell everyone No, Kaiwe, just wait Hey guys, Mio's come back Tyon and Senna too Welcome back We were so worried about you guys Good job sticking it out, Senna We were pretty sure you were dead Fitz, why'd you have to be so snarky about everything? All of you Mio, I'm so glad you're okay Mio, it's been so long Hm? Wait, are those actual tears? Uni? Snuff it, you big dummy Oh, there you are, Teach Oh, there you are uri Mio, Senna, Tayon. Du bist... Es ist wunderbar zu sehen, dich wieder. Ich bin wirklich entschuldigt, Commander Teach. Wir haben nie gedacht, dass... Die Details können bis zum späteren warten. Ich bin sicher, dass du ein Rest verletzt hast, nicht? Ich denke, dass du hier hier bist, nicht nur eine einfache Aufgabe bist. Ich bin richtig? Ja, wir verletzten deine Angst. Und als für unsere Besucher hier, wir können unsere Vorbereitungen später machen. Also. He was kind of strange. Quiet. But I could feel something threatening in him. Yeah, are you sure about this? He didn't even question us. Perhaps he's already worked it out. Decided we're not hostile. Well, no one's attacked us, which is more than we can say for pretty much every other time. Mimi, once we're rested up, how about we tour the colony? Good idea. I want to see how everyone's doing and we can show the cabessi folks around while we're at it much obliged we are just visitors after all I want to have a chat with the soldiers too there are a couple of things I'm curious to know so this is your old colony me let's see what kind of place it is so then schauen wir doch mal was das für eine art ort ist hier natürlich wollt ihr in eurer rückkehr sofort sehen was ich so getan hat kommen wir gleich zum punkt ist außer aus noch jemand zurückgekehrt leider nicht nur ihr die frontsoldaten gelten immer noch als verschollen uffs verstehe bei der operation sind auch eine menge seltsame dinge passiert ich habe den commander nach details gefragt aber das ist alles geheime konnte mir nichts sagen unsere eigenen leute die uns damals angegriffen haben wurden also vermisst schicksal unbekannt ab wie immer das gleiche zugestoßen ist wie hakut ja uffs einfach uff uff da schauen wir was fazz zu sagen hat ui wenn das nicht mio tayon und die kleine senna sind hey nicht in dem ton ich bin älter als du warum kommst du mir nur so unverschämt ach schwamm drüber wie wärs mit einem trainingskampf gegen mich wir sind hier auch immer nur in bereitschaft ich komme ganz aus der übung bereitschaft ist auch eine wichtige pflicht also beschwer dich nicht erspart ihr deine binsenweisheiten ich will endlich mal an die front dann kann ich mich im kampf beweisen und vielleicht irgendwann commander werden ich weiß eh nicht warum immer noch warum wir immer noch als reserve behandelt werden nach allem was passiert ist jetzt wo die älteren intervalle alle weg sind müssen wir ja wohl nachrücken wie warum sind die denn weg naja sie sind halt alle seit dieser mission verschwunden was auch immer da passiert ist richtig mysteriös einfach ich mag die umgebung die ist voll hübsch ich stehe auf diesen rot grau ton vielleicht sollte ich mal elden ring weiterspielen hi mio kann ich dir irgendwie helfen in unserer abwesenheit ist nichts seltsames passiert oder ich wüsste auch nicht nur das übliche training und ach wobei es ist was passiert ein monster ist aufgetaucht ein monster was anscheinend genau an der stelle an der ihr verschwunden seid das haben die frontzoldaten gemeldet aber kurz danach haben wir den kontakt verloren und da ihr auch verschwunden wart haben sich alle gedacht dass es euch wohl auch erwischt hat ach es macht mich ganz fertig nur daran zurückzudenken oh aber euch geht es ja blendend also war wohl das wohl überhaupt kein monster gut ja zumindest haben wir keins gesehen schön dann bin ich aber froh ein monster ach das war wohl doch nicht da sollten wir vielleicht mal drüber reden ich werde hier nur liegen und du kannst mich nicht behalten haha based um über die Sache sieht aus wie unsere Freunde sind einfach gut Mimi scheint so still es gibt viel weniger Soldaten hier als ich erwartet es gibt viele Soldaten in dieser Mission haben noch nicht zurückgekommen niemand weiß was von ihnen die Mission in der wir geworden sind Auroboros ja ich will sagen, dass das ist sorry ich sollte meine mouth öffnen nein du hast nichts falsch gemacht Juni. All the soldiers left in the colony are newbies, with no combat experience. Right now they've been ordered to stand by as a reserve force, far from the front lines. A good thing, too. That's what saved Kairi and others' lives. Plus, they didn't get to learn the truth about us and the world. But... Ugh. It doesn't sit well with me to pretend like everything's fine, though. Mio, would you mind talking to this Commander of yours? Teach. About what? Everything. Tell him thanks for taking us in, no questions asked. Now look, I know I said he was trustworthy, but... No, Noah's right. I was planning on telling him everything anyway. And if we're gonna talk, we may as well lay it all out sooner than later. We can't just expect people to trust us while we hide the truth like this. Yeah. Makes more sense than staying and hiding. Right. The Commander will understand. I know it. He's crazy harsh, but crazy fair, too. Harsh? He didn't look it. Sometimes ignorance is bliss. Whoppaaaa! Those kids! Ah, wie ist das alles? Wenn du noch nicht mehr wundernst, dann... Kommander, gibt es etwas anderes, ich möchte mit dir diskutieren. Natürlich. Du siehst nicht, dass du einfach ein Report hast. Dann werden wir wiederholfen. Das wäre für dich einfacher. Ja, das wäre hilfreich, danke. Ah, ja. Ich weiß ein guter Ort. Wir sprechen da. Was? Kommander, bitte. Wir müssen nicht da... Es hat eine schöne Sicht, und eine bestimmte... ... friedlichkeit. Wie schön. Ich würde es gerne sehen. Das ist schlecht. Das ist alles nach vorne. Es ist nur ein Veränderungsverfahren. Ich verstehe, was das Problem ist. Wir werden das nicht verletzen. Ich würde es nicht verlassen. Aber es ist noch nicht zu Ende. Aber es ist noch ein paar Arbeit, was ich hier tun habe. Warte auf mich nach dem Training Ground. Ich will dich so schnell wie ich kann. Sehr gut. Wir sehen uns da. Oh, nein. Oh. Aber ich bin der Kommander. Ich kann nicht lassen meine persönliche Gefühle werden in der Hand. Ich werde sie mit ihnen sprechen. Du kannst die Sache mit mir verlassen. Wir können uns nicht verletzen. zu ignorieren, etwas, das könnte unsere ganzen Welt nicht verletzen. zu ignorieren. Sie sind nicht zu vergessen. Aber wir müssen uns jetzt weg nach. Wir müssen uns gehen. Wir müssen gehen. Das ist ein guter Ort für dich aus der Schuhe. Hm. Ich würde sagen, recht nah, bei mir. Aber die Straße ist nicht so weit. Es ist schlecht gehalten und es viel schlägt. Es könnte nicht eine einfache Reise sein. Oh, gut. Jetzt bin ich völlig verabschied. Es ist alles, wie du es gehen kannst. Als du es aufhören kannst, ist es einfach wie nach einer Flügel flügel. Wenn du nicht interessiert, kann ich den Weg erklären. Well, in diesem Fall... Das klingt toll! Wenn es rechtlich nah ist. Wir müssen uns vorbereiten. Hey, also was ist das? So ist Seido zufälligerweise ein Heiler. Okay, dann passt das ja. Ey, ich habe gestern einen Kuchen gebacken. Das war nur so ein Testkuchen, aber er ist halt echt lecker geworden. Und jetzt, wo er in der Nacht so ein bisschen ziehen konnte... Ich habe halt so kleine Zuckerkügelchen da draufgepackt, um ihn zu verzieren. Die sind mittlerweile geschmolzen. Aber das ist nicht so schlimm, weil die haben einfach ihre Süße so ein bisschen in die Sahne mit übergehen lassen. Und jetzt schmeckt der ganze Kuchen einfach wie eine riesige Milchschnitte. Und das ist halt übelst cool. Also dafür, dass das echt noch so ein Testding war, muss ich sagen, ich bin schon ein bisschen begeistert davon. Das habe ich echt gut gemacht. Ja, ich bin schon ein bisschen in der Nähe. Ich bin schon ein bisschen in der Nähe. Ich bin schon ein bisschen in der Nähe. Die Sahne mit... Orangenextrakt war das, glaube ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr seltsam irgendwie. Aber es schmeckt voll gut. Also beschwert mich nicht. Alles, was ich möchte, ist das hier. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich zu jedem. So gut. So, das ist derzeit, ist der kleiner Ort. Aber jetzt ist... Das Dach ist in der Erde so deep, dass es der Grund zum Erdертeten wird. Jetzt probiere das Gefühl, und das ist, wie man die Fälle geht. Ihr Teinten sind die Dach, in dieser Sache. Oh, ich denke ich... Oh, voll cool. Da war doch auch in der Wüsten-Area irgend so ein Ding, wo es so nach unten ging die ganze Zeit. So, nehmen wir doch die ganze Truppe hier gerade noch mit. Shit, ich wollte noch diese tödliche Kraft auswechseln, weil irgendwie ist die nicht so mega praktisch. Habt man mehr Fusionstechniken? Manchmal muss das einfach mal sein. Warum sterben hier eigentlich gerade alle? Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, das ist ziemlich praktisch Glaube ich Keine Ahnung Los geht's So Und dann holen wir uns mal die 150% würde ich sagen Endlich mal Nice Richtig gut Dann Das ist ein bisschen geil tatsächlich Ich glaube ich möchte ihn in der Gruppe haben Ich kann das aus Ich kann das aus How about this So Die Frage ist jetzt natürlich Kann ich jetzt nochmal eins von den anderen nehmen Und verschwindet der Dude dann Oder ist der jetzt die ganze Zeit immer noch mit da Wenn ich ähm Auch einen anderen von den beiden nehmen würde Ich würde sagen probieren wir es aus Äh Äh So So Okay dann ist es tatsächlich weg Das finde ich Das finde ich crazy I just thought of a great idea Do you think this plan might work? Great Everyone get crazy I'll start a lot Okay Weiter Ich brauche Sekarer Ich komm Die 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 Das war unglaublich! Das ist mir so viel Support jetzt. Mach ich das mal so. Okay, ich glaube das passt. Ich kann ich glaube ich noch nicht rauswerfen. Level 1, Level 7, Level 5, Level 8, Level 1, Level 1. Sehr gut. Ist das eine Telephia? Hey Leia, by the way. Ich bin das schon. Ich erinnere mich, dass du Hallo gesagt hast. Ich bin das schon. 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 Ich bin das schon schon. Ich bin das schon. Mach ich mich. Es ist alles ruhig und ruhig. Insofern. Weil ich gut trainieren. Das ist schwer als ich erwartet. Ich sagte, dass wir das nicht vergleichen würden. Der Kommandor ist auch der Kolonierin. Er scheint zu milder. Der Kommandor ist nicht genug. Aber neue Künstler sind erschrocken von ihm. Sie würden lieber eine Krieg hervorheben. Er... Tion? Du bist okay? Du solltest nicht schlafen auf deine Training. Nur weil du die Krieg hervorheben. Ob du leben oder sterben auf der Krieg hervorheben ist, wie du ihn schläfst. Das ist woher es endet. Entschuldigung. Ich wollte nicht überraschen. Du hast nicht immer verändert, Kommandor. Ah, nicht mich schlafen. Du bist wirklich ein Instruktor. Ich nehme das als ein Kompliment. Es ist ziemlich ungewöhnlich für ein Kommandor zu sein, auch ein Instruktor. Wahrscheinlich. In meinem Fall, ... also, ... ... also, ... ... ... ... ... ... ... ... Ach, plötzlich können wir noch eine Pause machen. Awww. Das ist cute. Das finde ich niedlich. Das finde ich super. Ich brauche mehr Goldmünzen. Ich brauche generell mehr von allem irgendwie. Fehlt mir überall nur so ein Ding. Was ist das? Ah, warte. Äh, das wäre dann ja eher das hier und das ist alles doof. Okay. Äh, Stufesteiger? Könnte man vielleicht auch noch tun. Holy shit. Okay. Von 32 auf 35 hoch ist auf jeden Fall eine gute Steigerung. Und Juni hat einfach Mio erschossen. Kaltblütig. Okay. Da hat es sich gelohnt, dass wir durch diese Level 40 Area gerannt sind und einfach so fünf Sachen entdeckt haben. Einfach mal so 5000 EXP kassiert. Voll gut. Voll gut so. Einfach eine Mega-Entdeckung gemacht. Geht hier ja nicht ab. Oh, hey. Here's a goodie. Paddlers, danke für den Sub. Das hier ist einfach Garplains. Und ich bin super sad, dass es kein Garplains-Remix gibt. Da hinten ist das Dingsschwert, wo wir hin müssen. Uh, ist das hier etwa die Area vom Cover? Nee, oder? Doch. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ein guter Ort, ist es? Es ist peaceful, invigorating, ein Ort, ein Ort, um zu quieten deinem Geist. Auch die Krieg zwischen Agnes und Kevis fühlt sich eine Welt von hierher. Das ist es? Ja, es ist. Ich glaube, Sie wissen, Sie wissen, das Stadte der Kolonien Gamma. Ja. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Dann kann ich dir , dass du nicht musst, Mio. Was? Du hast es noch nicht verstanden? Ich meine, dass ich dich mit dir hier und jetzt will. Was? Aber du... Du... Purge den Traitor Ouroboros von unseren Ranks ist ein der höchste Priorität. Ich bin der Kommandor der Kolonien Gamma. Ich kann nicht schreck dieses duty. Du verstehst? Was? Du hast uns rausgelegt um uns in? Ja, ich bin zu speed, danke. Niemand in der Kolonien will lernen was du bist. Du verstehst, dass ich nicht das in publikum ist ein sign mein Respekt für dich. Aber Commander, warte, bitte, hör mal. Was ist der Punkt? Words blühen truth und lies so schnell. Commander! Oh, yeah. Einfach die Klippe runterschubsen. Obwohl so tief fällt er ja auch nicht, da musst du schon richtig ihn wegpusten. Oh, ja. Oh, ja. He's dead! Come on, now! Die, run! I'll end it here! Come on, now! Fury is back! You just watch! Spock's sake! We can't take him down and he's just one guy! I knew he had stamina, but this is... You too display impressive power. But it's that power which is the cause of everything that's gone wrong. Threatening the lives of others as well as yourselves. No! You've got it wrong! We... No! This isn't something that only concerns you. This power is a maelstrom that surrounds the world. A maelstrom eventually becomes a raging torrent that swallows lives without mercy. If you really know what's going on in Colony Gamma, then you must understand this. That's... That's... So, tell me, Mio. Was it the power of becoming an Ouroboros that drove you to the other side? Were you reduced to merely one part of a maelstrom? No, you're wrong! And what precisely am I wrong about? We became Ouroboros by pure chance. But we thought that with such power we'd be able to do more. Ha! Do what? Keep the world alive. Find new ways to use our lives for... I don't know. I can't put it into words. But that's what we want to use it for. That's all I'm sure of. Very pretty words. We can only... We can only go forward. We want to find a way that doesn't involve sacrificing lives. Looks like I've misjudged. What? Well, you've heard for yourself. I don't believe they are traitors. In my capacity as commander, I judge them not deserving of death. Are you in agreement, consul? The consul's here. Oh my god! So this is where you are hiding. What a lovely fiction. Bravo! The fact remains. Ouroboros will destroy the world. But that's just one possibility. Still, people can change. I choose to believe them. It's like the old you. Yes. I had no will, no resolution. Only shame. But they aren't me. They will walk a different path. You shall persist, no matter what. You gave me a chance to fix it. I have an obligation. So let's stop doing things your way. Let's end that here. Very well. Then I shall make you and the traitors recant your folly. The power of Mobius. Commander! Right, you lot. Time to walk the walk. Prove that this power leads to light. Prove that Kingdom Hearts is light. Okay, Neil. Dummy monster. What? No escape! Move it up, baby! Just watch! Give it up! Fight on you! Na komm, so. What? Na komm, so. 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 Jetzt muss ich wieder fröhlich meine Attacken ausführen, damit sie sich ja wieder auffüllt. Und dann kann ich mich auch noch in so ein gigantisches Riesenvieh verwandeln, aber das mache ich gleich erst, wenn der Kampf fast vorbei ist, ansonsten lohnt sich das nämlich kaum. Und so machst du ganz viel Damage und hoffst, dass du ein bisschen was reißen kannst. Ja. 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 Hier ist der, das ist das Ding, dass du versuchen musst über 100% zu kommen, dann kannst du einen Finisher machen und wenn du über 150% kommst, dann ist das alles nochmal ein bisschen geiler. Oh, nice. Hier ist das Ding, das ist das Ding, das ist das Ding. Das Ding, das ist das Ding, das ist das Ding. Ich dachte, das geht von alleine weg, ich glaube, das tat es nicht. Ich glaube, irgendwann kommt ein Held, der uns hörspringen lässt. Okay, level 57 vielleicht ein bisschen krass da oben. Oh. 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 Du kannst auch zwischen den Charakteren wechseln. Das geht auch im Kampf, aber das macht eigentlich nicht so viel Sinn, tatsächlich. Also es gibt bestimmt irgendwelche richtig krassen taktischen Vorteile, wenn du irgendwie spontan zu einem Heiler oder zu einem Tank wechselst und da richtig die coole, die richtige Attacke auswählst im richtigen Moment, aber du kannst das komplette Spiel durchspielen, ohne im Kampf die Charaktere zu wechseln. Hm? Was ist das? Oh. Looks like we can go on from here. Oh. 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 Oh, 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 oh. Nice. So. Dann befreien wir das Camp auch mal, würde ich sagen. Das Spiel, also es ist weder Monster Hunter noch Open World, aber es hat halt so riesige Bereiche. Ich meine, wenn man sie verbinden würde, wäre das wahrscheinlich nur Open World, aber so sind es einfach einzelne riesige Bereiche, die durch Ladebildschirme geteilt sind. Here we go. Commander, you knew from the start. Not at all. I was serious, Mio. I was ready to die to take you down. So what you mean is you were testing us? Such power can drive people mad. I needed to be sure about you. I needed to know that you hadn't fallen into the trap of being enthralled by power. That you had retained your own will. So that's why you had to try to kill us for real. Determining the true nature of power is a kind of power in itself. That's how I do things. You're surprisingly violent. But just one slip and you'd be. I once got to see how power can destroy a person up close. I knew a soldier who was lost in it and lost to it. I don't want to see that happen to you, nor does anyone in the colony. It was no choice at all to put my life on the line to prevent it. You're right that being an Ouroboros comes with huge power, but it's full of danger too. Yeah, but we're fine. We use it right, so... The reason I became an instructor was to teach people how to confront power. But there was always a niggling doubt at the back of my mind. That people are at heart stupid creatures that power makes a mockery of. That's... But if you were to ask me whether I still thought that way, I'd say no. So you have hope? I do. Now that I've crossed blades with you, I understand. So, the Maelstrom hasn't become a raging torrent, but a clear, strong current. Commander, if that's what you think, then I'd like you to come with us. Oh. And may I ask why? I want you to see with your own eyes that your faith in us isn't misplaced. You want something from us, more than just words, right? Yes. The stream becomes the flow of life itself, bringing change and upheaval to the world. And you want me to be the one to watch over your futures. That's it, isn't it? Yes. Well, something like that. Hmm. Okay, then. I'll do it. I accept the job. But what have those of you from Keva's to say on this matter? Yes, of course. The more the merrier. Especially if they're as strong as you. Fine by me. Assuming we never have to fight it out like this again. Well, that all depends on how well you train, doesn't it? Ugh. Why? I was only joking. Ah. Before I forget. Mio. I'd like to ask you a favor in return for this. Anything. Thank you. I'll run through the particulars later. Oh, wait. I actually know a very good place for talking. It's just... Yeah. Yeah, I think I'll pass on that part. I'll use this auto-dimming. A good time. Oh yeah. Right here. Not much, but I will assist you however possible. Sick. Du-de-de-de-de-dun du-de-de-de-de Okay, ich glaub ich würde hier den Break machen, weil ich leider am mega müde bin Ich würde sagen, morgen ein bisschen früher, halt nicht um 11, sondern eher so, keine Ahnung, 8, 8 ist richtig früh, wird schön, wird schön.